und damit halli hallo und herzlich willkommen hier auf öPNV simulation ich bin's in der mir begrüße euch und freue mich dass du wieder einschaltest zu einer weiteren folge tram sim ja wir sind hier mal ohne vr unterwegs ja das war mal nur so kleines test video einfach mal zu gucken wie das ganze ausschaut in VR und ja noch gefragt wurde im Livestream können wir nicht mal bei Nacht fahren und das wollen wir heute hier tun und diesmal nun wirklich hier vom Praterplatz Richtung Stefan-Fahlinger-Platz werden die Linie natürlich hier nicht zu Ende fahren aber jetzt passt zumindest schon mal die Richtung nicht nur wie in der letzten Folge das ist mir dann aufgefallen wo ich mir das Video noch mal angeguckt hatte dass das ganze wunderbar funktioniert hat nee aber was soll ich sagen das update ist ja nun draußen 1.0.2 und was soll ich sagen tatsächlich speichert der immer noch nicht meine settings es ist jedes mal wieder von also komplett resetet und das ganze mal jedes mal einstellen muss und das heute ist mega nervig irgendwann ja wenn du das jedes mal wieder einstellen muss mir fällt übrigens gerade ein ich sollte mal gucken dass ich hier mein Fahrplan hier hole so bestätigen wir das ganze mal und bitte Uhrzeit Uhrzeit ja das ist auch okay dann gibt mir auch keine Uhrzeit Dankeschön wenn wir das ganze mal hier schon mal vorspulen und ja dementsprechend speichert er das ganze nicht und ich muss das halt jedes mal immer noch einstellen also das hat leider nicht so ganz funktioniert wie sich das Video vorgestellt hatte aber naja es kann ja nicht immer alles gleich beim ersten mal funktionieren muss man halt auch immer ein bisschen realist bleiben und dementsprechend ja ist es halt so wie es jetzt aktuell ist so wir werden mal die Türen schließen und werden wir schon mal hier unsere Fahrgäste hier abholen ich habe nämlich gerade schon aufgenommen dachte mir so mein Gott was ruckelt das denn so ja bis mir dann wieder eingefallen ist natürlich ja wenn er natürlich wieder in 4k aufnimmt ja dann kann das natürlich nicht flüssig laufen ich meine das ruckelt so schon in Full HD ja mit 60 FPS gibt es dann schon manchmal schon so ein bisschen Einschränkung aber wenn das ganze natürlich noch mal in 4k aufnimmt ist es noch mal eine ganz andere Hausnummer ja dementsprechend immer ein bisschen ärgerlich und dann Wollte grad sagen äh witzig dann halt noch äh ja wenn denn einfach mal wenn du das ganze umsteht und wieder neu starten willst einfach mal komplett die Unreal Engine crasht mhm Leute großartig so da haben wir unsere Pünktchen anhalten und die Türen öffnen so alles einsteigen würde ich sagen und dann gucken wir mal wie die Fahrt hier heute wird ob die mal ein bisschen unfallfrei wird vielleicht auch mal richtig mit richtigen Weichen der ähm sag schon ähm ja gut irgendwas wollte ich jetzt sagen jetzt habe ich es wieder vollkommen wieder vergessen das ist das ist immer so werde bloß nicht alt Leute werte bloß nicht alt ähm ne auf jeden Fall ja wie gesagt hoffe ich natürlich dass das hier heute soweit funktioniert dass wir vielleicht auch mal so ein bisschen mit dem heilen Stück irgendwie mal ankommen irgendwo ja dass wir uns hier jetzt nicht irgendwie die Weichen hier falsch legen oder sowas ähm dem Willi ist halt aufgefallen dass ich ja das ganze hier mit der Maus mache er meinte irgendwie ich bin aber irgendwie ja auf den Weichensteller reingekommen ich glaube das ist ja hier der Weichensteller ne hier diese drei Tasten hier äh gehe ich mal stark davon aus dass die das sind ja die hier die zum Beispiel die Weichenstellen ja aber ähm eigentlich habe ich immer hier unten gedrückt ich weiß jetzt nicht wo da jetzt der Fehler war dann können wir schon mal auf 50 äh schalten ähm ähm ich werde das ganze jetzt halt mit den Namen Pad Tasten machen und dann sollte das ganze auch dementsprechend passen so wir werden uns aber noch mal kurz die Uhrzeit nochmal hier vorspulen denn das dauert mich ein bisschen zu lange also irgendwie ist das hier ein bisschen tricky hier alles so okay jetzt haben wir das wieder können wir die Türen schließen und losfahren Weihnacht wie gesagt wurde sich gewünscht bei uns im Livestream ob wir das ganze mal im Livestream machen ich fand es halt besser wenn man das ganze mal so ein bisschen im Let's Play macht dann hat man auch noch ein bisschen was zu zeigen halt das klingt so episch wenn die darüber fährt hier ist eigentlich nur 20 in der Kurve weiß gar nicht warum Wittelsbachstraße umsteigen zu 80a Wittelsbachstraße ja wie ihr auch gesehen habt gestern kam dann auch endlich denn mal Omsi Wien ja also falls ihr euch so für das Omsi ja interessiert so für das Omsi Wien was natürlich auch schon mega alt ist könnt ihr da auch gerne mal vorbeilinsen war sehr sehr lange her dass ich das ganze Stück mal gefahren bin wieder haben wir hier eigentlich praktisch hier so eine kleine Wien Woche hier vor uns denn morgen kommt nämlich schon die nächste Tour ja aber dann war es auch schon wieder mit Wien und das ist natürlich so preistechnisch ja aber gut das ist jetzt Omsi könnt ihr euch da auslassen jetzt sind wir hier in Tramsim und was soll ich sagen es gab jetzt auch schon den ersten Death Diary ja der so ein bisschen über die nächsten Updates so ein bisschen gesprochen hat man hat die erste neue Straßenbahn vorgestellt die denn halt mit dazu kommt also was heißt neue Straßenbahn Anführungsstrichen das ist halt sehr altes Modell schon ja soll aber wohl eines der absoluten Highlights sein die damals so in Wien rumgecruised sind und dementsprechend baut man das ganze jetzt ja erstmal als KI Fahrzeug mit ein und dann wird das ganze dann halt für den Spieler zugänglich gemacht so dass ihr dann die Straßenbahn dann ebenfalls fahren könnt komplett kostenlos ihr müsst nichts extra bezahlen oder sowas und das ist eigentlich eine coole Geste von ViewApp na man könnte ja dafür zum Beispiel auch irgendwie Geld verlangen können aber so wie es halt ausschaut plant man hier wirklich dass das ganze hier wirklich eine feste Plattform wird vielleicht ich persönlich eine relativ coole Sache natürlich kommen schon wieder die einen oder anderen und sagen ja so eine Linie wäre schöner so eine komplette Linie halt zu bauen ich glaube das ist echt zeitintensiv ich weiß halt nicht weil das ganze wie gesagt auch mit Fotofassade erstellt wird das geht mal nicht so eben schnell dass du mal so von jetzt auf vielleicht so eine Linie machen kannst ich meine kannst du auch nicht mit einer neuen Straßenbahn oder mit einem neuen Fahrzeug halt einfach mal dass du da sagst du okay komm jetzt hier jetzt wollen wir es wissen das wird natürlich dann dementsprechend halt auch so eine Zeit dauern halt aber einen Release Termin hat man da noch nicht angekündigt zu der Death Diary und von daher muss man da jetzt wohl noch ein bisschen ich sag mal abwarten bis da irgendwie was kommt so an neuer Content für Tramsim aber schön zu wissen halt dass man das ganze nicht aufgibt und weiter dran arbeitet halt man hätte ja auch einfach sagen können nö wir machen nichts mehr so oder wie man es ja eigentlich so ein bisschen gewohnt ist so von manch einen Spielehersteller so das Problem ist natürlich wir sind viel zu früh mal ein bisschen kurz über die Zeit abwarten hier und dann kann man gleich weiterfahren so oh komm Kollege grüß dich wieso hast du Fahrt und ich nicht wir warten Hetzgasse so dann steckt mal ein bitte einstecken 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 wir haben doch keine Zeit hier sieht so aus pünktlich hier hat man irgendwie die KI angepasst war in den Patch Notes drin wenn ich was angepasst hatte Haltepunkt verpasst und weiter geht's das ist sehr freundlich von dir dass du hier einfach rüberläufst aber gut gibt's ja im wahren Leben ja leider wirklich das Problem ist weißt du viele sehen das halt echt als Bug an aber dass es halt wirklich wirklich so eine Kandidaten gibt die dann einfach laufen das ist denen egal ja dass die da jetzt gerade irgendwie was behindert sei es einem Bus oder Straßenbahn oder oh so richtig polter 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 also war ich nicht auf jeden Fall schon mal richtig wie gesagt die laufen da ja trotzdem einfach rüber ja das ist denen egal ja das ist diese sogenannten Zmombis immer naja wenn sie da ihre Smartphones sind dann kriegen die ja echt gar nichts mehr mit und Abfahrt bitte geradeaus so hier haben wir uns ja nur beim letzten Mal die Zug zerlegt ja war doch hier wo uns doch denn auseinandergebrochen ist so Perfekt muss schon mal Fahrt haben oder nehmen wir die Fahrt hier noch mit ich bin jetzt ein bisschen zu früh los gefahren aber können wir auch nächstes mal stehen bleiben Schwedenplatz umsteigen zu U1 U4 2 2A oh oh ne hier war das oder ich muss hier leider mal kurz mal ein bisschen in die Knie gehen jetzt hier das Vorsignal kam ein bisschen zu spät meiner Meinung nach ein bisschen Reaktionszeit sollte schon da sein und zwei Minuten zu früh hier hei 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 so ja also so soll es also aus ne jetzt habt ihr hier wie sie aus Wasser drin und so ne aber ich finde es von der Beleuchtung eigentlich extrem hübsch gemacht ne das kann man mal wirklich mal betonen hier ja dieses Haustool das hätte ich auch gerne mal gesehen wie das halt so ausschaut so im Einsatz Happy Noodles was gibt es denn da China Pfanne lecker ja 3,90€ und 4,90€ große Portion große Portion 94 kleine Portion 93 ist nicht gerade günstig in Wien oh hier dürfen wir fahren ja haben wir unsere Verfrühung hier abgefahren wenn du jetzt rüberläufst faul dich oh zu schnell wieder rüber hier Salz-Torbrücke umsteigen zu 2A Flughafenburg bitte seien sie achtsam andere brauchen ihren Sitzplatz vielleicht notwendiger bis dann der Klack. So. Ja, das ist natürlich wieder zu früh. Kannst du machen, was du willst. Dadurch kriegst du natürlich ein bisschen weniger Punkte. Ein Kollege kommt uns entgegen. Schön. Ein kurzer Aussetzer hier. Oh, genau. Genau. Ja, guck mal auf der Smartphone. Lebe von der Schiene runter. Das ist in dir nicht in Ordnung. Der läuft nicht weg. Was viel laut das ist. Der hätte jetzt auf jeden Fall Tinnitus. Naja. Wird mir da durch alles übrig. Das ist blöd. Das sind zum Beispiel so Sachen, die sollte man auf jeden Fall noch schnell fixen. Da muss man nicht warten, bis ein größeres Update kommt oder sowas. Das kann man mal eben schnell mal machen. Menschen umfahren, das ist irgendwie nicht so eine geile Sache. Aber hier in dem Falle geht es ja nicht anders, weil sonst stehst du halt wirklich da. Oh. Schon will sich die ganzen Bäume halt so bewegen. Schatten ist wieder an und alles was. Aber das ist halt mega lästig, wenn du halt jedes Mal, wenn du das Spiel startest, halt immer wieder die Grafikentsstellung einstellen musst. Ich weiß halt nicht. Sonst wird bei mir nicht gespeichert. Irgendwo hatte ich gehört gehabt, dass es wohl irgendwie an der VR-Brille liegt oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung davon. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass es an der VR-Brille liegt. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es ein bisschen mehr ist. Hier geht es jetzt gerade wieder extrem nicht so geil. War ich in der Haltestelle? Nö, ist ja komisch. Hier war nämlich gerade so eine Bodenmarkierung. Da kommt nämlich unsere Haltestelle. Ach ja. Schon wieder Verfrührung. Tja. Soviel dazu. Das war unsere Fahrt. Haben wir nicht geschafft. Haben wir zu lange. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare posten. Was sagt ihr dann dazu? So schön im Dunkeln fahren. Also wie gesagt. Lichtstimmung passt auf jeden Fall. Sieht schon sehr hübsch aus. Es ist immer stürmig hier. Irgendwie in Wien. Die Bäume wählen sich da ab. Da. Aber von der ganzen Lichtstimmung her. Wie das halt ausschaut. Die ganzen Reflektionen. Und das ist schon alles sehr hübsch. Also man kann dann wirklich sagen. Ja. Grafisch macht in Dramsung aktuell gerade keiner was vor. Muss ich jetzt halt nur durchsetzen und beweisen. Na ja und dann muss man mal gucken. Schottentruhe. Umsteigen zu. U2. 37. 38. 40. 41. 42. 43. 44. 1a. So Leute. Schottentau machen wir mal Schluss würde ich sagen. Jetzt habt ihr ja zumindest gesehen halt. Wie es denn im Dunkeln aussieht. Ich meine das wird sich jetzt. Grafisch jetzt natürlich nicht verbessern. Jetzt bis. An der Enthaltestelle. Und. Ja. Dementsprechend. Soll es das wie gesagt für die heutige Folge gewesen sein. Die ist ja jetzt auch schon wieder mal über 20 Minuten lang. Und. Wenn ihr mehr sehen wollt. Schreibt es da gerne in die Kommentare. Würde ich mich natürlich freuen. Wir gucken uns jetzt in der nächsten Folge nochmal die Tram Challenge an würde ich sagen. Und dann haben wir ja eigentlich soweit ist mal alles gesehen. Was man erstmal so zeigen kann. Hier aktuell im Tramsim. Und. Ähm. Ja. Würde ich mich auf jeden Fall freuen wenn wir uns dort wiedersehen. Ich verabschiede mich. Ich bedanke mich dass du dabei warst. Ich sage Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Wie upp. En. Untertitelung des ZDF für funk, 2017